So, auf geht's! Machen wir uns mal den Scrappy schnappen. Ja, Scrappy alleine. Was? Oh mein Gott! Ja, zufälliges Trio, damit muss man dann rechnen, ne? Ja, zufälliges Trio! Ich kann mal so ein bisschen durch die Büsche laufen. Undee! Undee! Na gut! Hier geknallt jetzt da drüben irgendwo. Wichtig wäre, dass da einer gestorben ist. Ein Zombie. Irgendwie auch hinter mir gewesen wäre. Scheiße! Oh, Scheiße! Das war jetzt mega gefährlich. Cheese! Ich cloud-dum. Oh nie, was ich sicher ist? Wir sind grundsätzliche unter von Kilometer. Macht insо. Oh, super. Alter, was ist denn das? Alter, was ist denn das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin zweimal ins Windows geschickt worden Ich habe den nicht gebrauchen Na ja, bleibt mal da sitzen Beruhigt euch Wäre noch vieler Lärm oder einer von denen auf jeden Fall Ich habe das richtig gesehen, ob er da gepinkt Ja, man sieht nichts Und hört nichts Boah, Alter Das geht hier ab Ich kann dort nur bedingt helfen Ich weiß, die sind da drüben irgendwo Zombie oder was ist das? Nee Da oben ist auch jemand Aber das war ja der, der auch auf mich geschossen hat Ich weiß, die sind da drüben irgendwo Ich treffe mal wieder nicht Ich weiß, die sind da drüben irgendwo Ich bin jetzt da drüben irgendwo Ich bin jetzt das Die sind wir Die sind wir Das war schön gemacht. Noch noch jemand mehr. Das war schön gemacht. Das war's. Aber war ja hier drüben, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, das heißt, zumindest ist die zwei da oben dabei. Okay. Eine Mietbündel. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Da ist jetzt jemand da rübergelaufen, oder? Da ist jemand da rübergelaufen, oder? So, was haben wir denn hier drüben für Möglichkeiten hochzukommen? So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? Oder was wird das? Stell dich doch nochmal dahin bitte! Was ist eigentlich da drüben? So, was ist eigentlich da drüben? So, was ist eigentlich da drüben? Ich hab leider keine Haltung mehr... Keine Halspritze... Und einer ist da? Und einer ist da irgendwo... Oh... Hau dir das aber nicht ab, oder? Also... Ich habe ihn nicht ab, oder? Ich habe ihn nicht ab, oder? Ich habe ihn nicht ab, oder? Ich habe ihn mit. So! So! Nichts mehr! Doch! So! 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 Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.